Ich bin in Kalifornien, weil ich einen mega geilen, sensationellen, über mega tollen Kalender für 2017 geshootet habe, dazu habe ich mir die beste Crew organisiert, alles all around, die ganzen Locations passende, damit ich einfach meinen Fans irgendwas zurückgeben kann. Die geben mir so viel Kraft, so viel Motivation und so viel Lebensfreude, ansonsten würde ich gar nicht da stehen, wo ich jetzt stehe und das ist ja jetzt schon mein dritter Kalender und dieser Kalender für 2017, das wird was ganz, ganz Besonderes. Hey yeah, oh 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 Hey yeah, oh 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 Hey yeah, oh 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 Hey, yeah, oh, oh, oh Hey, yeah, oh, oh, oh